Hallo zusammen, ich bin Seraina, ich bin im zweiten Lehrjahr als Hotelfachfrau und das ist mein Betrieb. Heute zeige ich euch den Alltag als Hotelfachfrau. Ich mache meine Lehre gerne im Parkhotelschwert, weil ich gut ausgebildet werde, habe ein gutes Team, nette Gäste und einen abwechslungsreichen Tagesablauf. Am besten gefällt mir, dass Parkhotelschwert direkt am See ist. Bevor ein neuer Gast kommt, wird das Zimmer vorbereitet, indem ich lüfte, das Bett neu mache, das Badzimmer reinige, damit der Gast sich auch wohl fühlt. Dabei ist es auch wichtig, dass man genau effizient und sauber arbeitet. Voraussetzungen für den Beruf sind, flexibel sein, ein Auge fürs Detail haben, gerne im Team, aber auch mal alleine zu arbeiten und man muss bereit sein, auch an Wochenende und an Viertagen zu arbeiten. Ich mache den Beruf gerne, weil er sehr abwechslungsreich ist. Man arbeitet in den Bereichen, Etage, Rezeption, Restaurant und Wäscherei und dabei lernt man viel Neues. Ich habe ein super Team und jeden Tag lernt man neue Leute kennen. Wenn die Ausbildung fertig ist, kann man mit denen auf der ganzen Welt arbeiten. Der Check-in ist der erste Eindruck, den der Gast hat. Dabei muss man sehr freundlich, professionell und hilfsbereit sein. Da gebe ich dem Gast noch Informationen zu der Region. Ich hoffe, euch hat mein Alltag gefallen. Wenn ja, bewirkt dich doch bei uns. Ich hoffe, euch wirklich. Vielen Dank.